Willkommen bei einer weiteren Folge von Gabriel Knight. In der letzten Folge sind wir ja nicht weitergekommen, aber da ich kurz nachgeschaut habe, haben wir es noch geschafft, den Ton zu finden und damit einen Abdruck von den Abendreifen, den uns die Madame Cochonneau oder wie auch immer gegeben hat. Natürlich, Vater. Ich weiß, wie busy du musst, deine Flucht zu enden. Gut. Da das erledigt ist, wollen wir doch mal zu Sam, den Schachspieler, gehen. Im Napoleonhaus saß der, glaube ich. Weil, wenn ich mich recht erinnere, hat er irgendwas mit Goldstücken, Goldschmied oder so Zeug zu tun gehabt. Und vielleicht kann er uns, mithilfe des Abenddrucks, ein Duplikat von diesen Armreif machen. Könntest du nichts mit diesem tun? Was ist das? A Clay Mold? Hmm. Well, ich bin ein Jeweler, you know. Und ich habe dich, Ron. Würdest du mich das für dich machen? Hmm. Wenn du kannst. Du hast es, Pal. Eigentlich wäre es ein Freude, meine Tools zu erzeugen. Das erste Mal in Jahren. Ich bin zu busy, zu spielen, diesen verdammten Spiel. Ich habe das Bracelet morgen Morgen. Ich bin hier. Great. Danke. Gut. Wieder etwas, was wir am nächsten Tag machen können. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Wo du und wie es ausgesehen hat, hat wirklich nicht viel gefehlt, um den Tag abzuschließen. Ich bin hier. Sie wollen mich sehen. Ist er, hier? Ich kann wirklich nicht sagen, aber in der Morgen... Gracie, sagen Sie goodnacht. Du kam. Ich dachte nicht, du würdest. Ich dachte nicht, ich würde, auch. Deine Augen. Ich könnte dich umdrehen, ein bisschen. Es ist nicht viel, aber... Bitte, nicht. Ich konnte nicht viel auf alles fokussieren. Ja, ich weiß. Gott, was ist es über dich? Hör auf und küsse mich. Und somit hört Tag 3 auf. Und der vierte Tag beginnt. Ich sprach zudem, der roch nach Tod und lieh mir seine Ohren. Und Kreuze sah ich eingebrannt im Schleier voller Tränen. Wieder der Untertitel, der hier fehlt. Malia geht, die Post kommt und Grace kommt auch. Und Gabriel hat nicht geträumt anscheinend. Du bist nicht mit mir zu sprechen? Du bist nicht mit mir zu sprechen? Keine Ahnung. Ich habe nur nichts zu sagen. Du hast wissen, was über den patternen, die ich dir gegeben habe? Ja, ich habe etwas gefunden. Grace ist ein bisschen süß. Ich habe die Marken in der öffentlichen Bibliothek gesehen. Ich habe einen Artikel über einen Mörder in 1810 gefunden. Die Nachbarn hat einen Teil des Patterns gefunden. Es sieht ziemlich nah aus. Du bist unglaublich. All diese Arbeit funktioniert. Vergiss es. Mach es deinen Weg. Hat sie uns nicht verkauft, was gegeben? Ah, hier haben wir ja was. Die Nachbarn beschreibt einen ritualistischen Mörder in Kongos Square. Er hat einen ruffen Schild von einem Pattern gefunden. Der Schild ist sehr ähnlich wie der re-konstrukte Wewe. Gut. Und falls es euch auch nicht aufgefallen ist, Gabriel hat zwar nicht geträumt, aber da draußen steht jemand. Habt ihr diesen Mann außerhalb des Films gesehen? Ja. Er gibt mir die Gefühle. Ich wünschte, er würde weg gehen. Geir's dadst Quindi Aufhör Paar Ok. Anscheinend werden wir jetzt langsam überwacht. Schauen wir mal, was in der Zeitung steht. The Voodoo Murders Case Gabriel says that the police have learned that the murders were the result of an underworld cartel war, and that the war is over. That's not good. It's ridiculous. What about the killers? And the Voodoo? Never got anything on that. I know you were into it, Gabriel, but if it's over, that's hardly a negative. Anyway, if you're that upset, why don't you talk it over with your pal Moslem? You don't get it, Grace. Just forget it, okay? Gabriel decides to check his horoscope, despite his disgust. Death walks close to you today. Resist temptation. Let his eye fall on you too. Peachy. Ja, das Horoskop hat immer schlechter. Und dass die Polizei diesen Fall abgehackt hat, ist auch nicht besonders gut. Bei uns verdichten sich ja die Anzeichen, dass, ähm, naja... Das ist wirklich, was mit Voodoo zu tun hat. Und nicht irgendwas mit dem Bandenkrieg. Ah, fragen wir noch Grace noch, ob sie neue Nachrichten hat. Ah, fragen wir noch Grace noch, ob sie neue Nachrichten hat. Haben Sie für mich Fragen? Nein. Nichts. Nichts jetzt. Dann werden wir doch erstmal, ähm, zum Polizei. Wir fahren. Ich bin raus. Try not to sell out the store while I'm gone. Don't hurry back on my account. Gut, wo ist es? Da ist es. Die Polizeiwache. Bin mal gespannt, was Mausley sagt. Wenn nicht, können wir immer noch den Zeitungsartikel zeigen, den Grace uns gegeben hat. Detective Mosley. Hard at work, I see. Night, I had a feeling you'd chill out. Night, I hate to tell you this, but you're out of a book. The Voodoo Murders case has been closed. I had a feeling you were going to sell you that, son of a bitch. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Stand der Ermittlungen und Wiederaufnahme des Falls. Erstmal machen wir das erste hier. What's the status on the Voodoo Murders case? The case? What case? I told you, the Voodoo Murders case is closed. How can you just close it? It's not solved, is it? Oh, it's solved. Turns out the Chicago Mafia was trying to invade local territory. Using Mississippi for drug money now that Florida is so hot. What we had here was a little resistance from local businessmen. Word came in this morning that the Chicago group is giving up and pulling out of the world. But that doesn't bring the killers to justice. Well, the boys upstairs seem to figure it this way. Let the slime kill each other. Better the vermin we know than the Chicago vermin, I guess. The attitude in the department is that we've just been done a huge favor. You're probably right. What about the local cartel? Are you just gonna let them go? At least they're part of us. We'll deal with them over time, always have. New Orleans is pretty clean that way, you know. Well, that's the illusion, isn't it? Look, I'm not totally in agreement here either, but what can I do? These guys are not about to get caught. I'm disappointed about the book, too. Next big murder case I get, I'll call you in and we'll do that one upright, okay? In fact, I'd probably dig up some old cases and you could spice them up. No thanks. Okay, let's try to take the case again. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? Mr. What? I've got seven bodies and still no leads. The voodoo angle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out of town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to... Prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans. Prove there a threat. Get me a lead on the cult. You know those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think this is an accurate reconstruction? Well, I borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Pontchartrain. An architectural artist, we constructed it for me from the partialists. Really? So this is the whole pattern, huh? Well, that's pretty good work, man. But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. But that doesn't prove that this pattern is really connected to voodoo. That murder is an exact match of the voodoo murders right down to the marks around the bodies. Hmm. This does sound like the same M.O. 1810? 1810. They killed then, they're killing now. Isn't that proof that they're likely to kill again? That they are a threat? Yeah, sure. If there is a voodoo code, there is a threat. Good. Hmm. Now it's a good question. I think the last evidence is missing us. Really? This one? I don't know if this is what it brings. These symbols are from Marie Laveau's tomb in St. Louis Cemetery. They're part of a secret voodoo code, which I had translated by a voodooienne. Do they say anything about the murders? Well, not exactly. I'm sure that's a legit code of some sort, Matt. But unless it gives me the names and addresses of the killers, I don't think it'd be much help at this point. There was a right, but I thought I'd give him a... What was that here? Somewhere there's a new audience... Ah, that was the... ...the telephone book. That was the brief. Um... ...of it's what it brings, him the... ...the Schuppe to give. I picked up this scale at Lake Pontchartrain. Yeah? Well, what makes you think it's related to the murders? Well, it was at the crime scene. Sure. Must be from the only snake in Louisiana, alright? That's voodoo snake. Christ. No good. Vorerst können wir, denke ich, nichts machen. Wir brauchen weitere Beweise. I'll let you get back to it. Ciao, baby. Und die werden wir ja Mausli doch bringen. Das war's. Aber erst fahren wir mal zum Napoleonhaus und holen uns den Armkreif zurück. Äh... was heißt zurück? Den der bestimmt uns angefertigt hat. Er hätte gesagt, wir sollen heute wieder kommen. Sam, mein Mann. Hey there, it's you. I got that bracelet for you. This piece was a real coffee. For some reason, the medal just wasn't setting. I must be out of practice. Well, it looks good to me. Thanks, Sam. No problem. By the way, I'm heading out of town tonight. Yeah, where to? Marcus used to tell me that if I ever beat him at chess, he'd take me around the royals. The old bastard has enough money stuffed in his mattress to cover the federal deficit. And he hates spending a penny of it. Ha! I'm gonna enjoy watching him squaring through every mile. Sounds like fun. Good luck. Are you kidding? Lucky is my middle name. Hm. Da haben wir den Arm reif. Gut. Wie es aber weitergeht, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Man sieht sich. Bis dann.